Ich bin Trainer des BC Erle mit Ramo Hamza. Ich habe hier den Boxklub Erle, der in der nächsten Zukunft auch eine Veranstaltung macht. Und hier stellt euch mal vor, dass der Trainer, Frau Hanna Jürgen, Trainer des BC Erle und Trainerkollegen in Rol-Eddeck. Wir sind seit zwei Tagen in den Boxklub, die in den Superleitung gebracht haben. Alle waren in 50 Kilo, die sich Westfalenmeister geworden. In 60 Kilo, die sich Westfalenmeister geworden. Die Strafleitung in den Boxklub ist in 56 Jahren in den Hölberg. Ich habe hier den Bremsen gewonnen. Wir haben hier in den Superleitung gewonnen. Ich habe hier im Halbzeit gewonnen. Heute leider nicht wenig Kett, den man abgibt. Und ich habe hier den Vize-Welt des Bremsenmeisters. Aber ihr habt ja jetzt zum nächsten Veranstaltungen auch eine wichtige Meisterschaft. Wo habt ihr, wann habt ihr die? Ab 22 Uhr haben wir eine Bezirks- und Meisterschaft Elite. Das ist in Gersinkirchen, die sind auch in Schulen, auch in der Stadt. Jede ist herzlich eingeladen. Bei wie viel Uhr hatte ich jetzt nicht drauf? Das fängt um 16 Uhr ab. Einlass ist nach 15 Uhr und das fängt um 16 Uhr ab. Kannst du auch noch einen Einstiegspreis sagen? Das sind auch die Schüler, die zahlen 3 Euro und ab 18 Jahren 10 Euro. Also man darf in Gersinkirchen, in Erle, eine enorm gute Veranstaltung erwarten. Sollte Meistern muss der Klub auch tatsächlich ganze Boxer haben, die das Verein hochhalten. Ich bedanke mich und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.